Hey, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt es Aira gegen den Viertel und Marco auf Ezreal, einer der wenigen variablen Dinger. Ich hasse dieses Rumschieben jedes Mal am Anfang des Spiels. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir lieben ja Cheesen. Einen Minion? Ach, Moment. Ich ignite das hier auch aus. Ich habe Ignite noch von dem her. Ja, das war mein Vorteil. Ich bin halt drei Medi hinten. Ich verstehe halt wirklich nicht, warum Warwick nicht bei mir unten starten will. Es geht halt super schnell eigentlich. Er verliert keine Zeit. Also, er hat kein Leben. Das war es. Er will hier kein Leben. Es geht super schnell. Aber dann müsste man mit Tieren spielen. Es existiert nicht. Was gibt es da zu lachen? Es ist Leak. Ich habe jetzt die letzten fünf Streams oder sowas aus Hollow Knight gespielt und ich war... Das war einfach schön. Spannend, Mann. Ja, das ist nicht unbedingt. Ein Plattformer mit Tastatur spielen ist nicht schön. Aber hey. Hey, was? Ein Plattformer. Also hier, Jump'n'Run-Zeugs. Mit Tastatur ist... Gibt schöneres. Ja, ich bin jetzt da was runterpuppen. Trifft natürlich dich zweimal. Plötzlich arbeitslos geworden, meine Pflanzen. Die wollten gerade noch ansetzen. Auf einer Skala von 1.10 bin ich mindestens genauso nervig wie du, Vettel. Mindestens genauso nervig. Autsch, Autsch. Ja, klar springt es direkt zu uns. Was soll's denn sonst machen? Ja, wieder, wieder, ja. Okay. Hast du, spielst du mit TP? Du wirst ja aus den 90ern. Ja, spoil mir. Nee, Essory spielst du schon mal was. Gott, hab ich einen Fail gemacht. Holy shit. Achso, du hast dich wieder, äh, du hast vergessen, dass die Träne mehr kostet. Ja. Ähm. Ja, gut. Hat der noch hier? Äh, ja, hat er. Hat er vorhin ja auch nicht benutzt. Da ist es halt auch so, wenn man nicht viele gespielt hat. So, so gehst du mal mal kurz. Oh, scheiße. Gut, ich kann, wenn du aber wegskillst. Fast schon. Er ist tatsächlich lucky für dich, dass du da nochmal jetzt kurz base kannst. Mhm. Sag mal, bist du... Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Du, 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 du. Krabbe. Wenn sie kein Jungler nimmt, nehme ich es ja. Gut, sie ist gerade erst gespawnt und... Keine Ahnung, was ich noch so für coole Sachen sagen soll, aber... Krabbe. Die Idee war gut. Also, wir kommen gegen. Hm. Immer so ganz am Rand anhalten. Hoffen, dass es einen nicht trifft. Noch nicht Level 6. Das, das ist gut. Das zerspult mich. Ah, der wieder geflöscht. Du den Tier, bitte. Nein, du hast verkackt. Oh? Ja, nö. Kilometer weit verkackt. Er hat ja auch eh wieder beides auf mir. Es ist halt jetzt bei Rentnern nah, wenn es nicht so läuft, wie gewohnt. Mit dem Leash und sowas. Dann ist es halt auch gleich wieder. Kannst voll in die Tonne klappen. Oh, jetzt kommen wieder die Advices hier. Obvious. Ich finde es schön, dass in so einer Sekunde dann auch immer gleich jemand da noch stirbt. Ja, das stimmt. Play safe. Na ja, Leash bin slain. Oh, Quinn kommt. Schade nur, dass die Bescheid wissen. Ich bin ein bisschen drauf, ne? Ah. Oh, da ist auch noch ein Hund. Ja, nichtsdestotrotzend wird Terrible behind. Scheuer. Da hilft auch all diese Pseudo-Hilfe hier nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 22, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 21, 22, 22, 23, 22, 23, 22, 22,. Wenn ich mir hier anguckt, dass der gleich jetzt ein Viertel um die Ecke springt. Hat er leider noch wegbekommen. Machen wir eine Pflanz hier hin stattdessen. Ich dachte mir halt, warum nicht? Nein! Ich hätte einfach geradeaus laufen sollen, in den meisten Fällen läuft ja man beim Dodgen zurück. Was ist denn, Cain? Oh, und ein Ecke. Tschüss. Nimm die Beine in die Hand, wir haben dafür einen Ocean Rake. Und ich hab ein paar Schuhe, weiß nicht ob das so gut ist. 042. 2. Ah. Not good, not good. So much more to see. Fiddle, fiddle, fiddle. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. Er hat auch keine Ultimate mehr, ne? Viertel? Ne. 2. Hat er direkt benutzt. Ja. Ist ja das schön an seiner Ultimate. 4 Ultimate, du kannst eigentlich nichts machen. Ab 7 mindestens, ab 9 sowieso nicht. 1. 2. 1. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 10 Patches gebaut. Stimmt, ach es ist schon Minute 12? Eieieieiei, dachte wir haben es um Minute 7, oder? equally whole. was passiert hier? quelqueensored man wird, dass die Zeit langsamer grimst. Ich weiß schon. Ich tPE runter, ne? Ja, das ist ein Viertel. Du kannst doch da runter tPE an den Dings da. oh Gott, was hält er dann? Der hat wieder Ultimate, oder? Ja, doch! Also, tschüss! Ah, ja. Weißt du, alleine ist das ja Reaction-Time. Ihr seid überhaupt nicht da. Das ist zu viel gejumpft. Auch ein eigenfaches Champion. So die Caitlin, einfach nur rechts klicken. Der Warwick geht auch, wo ich vor sein. Jawoll. Nein, ich kann jetzt genauso gut noch den Warwick hier klären. Wenn der Cain sich dazu entscheidet, über die Wall zu kommen, bin ich tot. So oder so. Apropos Cain über die Wall. Win! Wee! Klack! Just wait! Uh! Hihihi! Seid ihr der Cain und ich? Wir sind heute im Flash-Duell. Für jeden meiner Flashes benutzt er seine Flashes. Oder... Irgendwann, irgendwie auch umgekehrt. Dinge sind nicht immer, was sie sehen. Oh! Oh! Los, Kollegen! Pusht! Ah! Mein Gott! Nicht Tinkabur! Ich wurde geblockt von irgendwas irgendwem. Ich kann es nicht so genau sagen, was schuld war. Irgendwer muss schuld sein. Es ist Leak. Irgendwas ist immer schuld. Der Harvest ist über uns. Weißt du doch, so funktioniert das hier. Das habe ich auch so vermisst. Du verlierst die Lane, aber du forschst die einmal zum Back. Was ist denn so? Du gehst... Ah! Hei! Ah! Hm! Hm! Ah, 6-1! Hast du auch vermisst, oder? Hä? So ein Assassin-Cain. Bluff in Flüge mit der Entfernung. Hey, weiter wei Ach ja, ach ja Sie kriegen gar nicht mehr so stark in Erinnerung in letzter Zeit So, so einfach nur, man sieht ihn so gut wie nie und denkt sich dann, hm Der, der ist doch eigentlich ganz lieb und sowas Ja, dann springen sie dich aus 6 km an und du denkst sich so, ah ok Ah, der ist wieder Mitte Und tot Das Schöne an der Untot Situation ist, das kann in verschiedenste Richtungen funktionieren Zum Beispiel könnten die hier ein Wort haben und ich bin und tot Oh da Danke für dir Du, ja gut, kommst du nicht umgesehenst Und der geht jetzt wahrscheinlich hoch Ich mal Oh mein Gott, ich bin echt da Keine Sorge ist nicht auf Kamera Wird niemand sehen Oh mein Gott Oh da Ich guck oben, wie Fiddle mit 12 Leben nach nem Flash Out oder Flash Queue von Javik nicht stirbt Oh mein Gott Und mein Gott war dich halt irgendwo gekillt Ist echt schade Okay Ich hab immerhin mal die anderes fertig Immerhin Äh Wirst du wollen ja noch objektiv machen Wie die Hörer Huuh Quinn ist momentan ein schöner Champion. Ich bin ja einsam mit Pflanze, vorne weg. So, pushen wir da mal ran. Noch ein bisschen Schaden hier. Da ist ein Control Ward. Der hat Global Taunt. Ah, da ist wahrscheinlich ein Viertel. Aber Viertel ist zu sehen oder war zu sehen. Ich glaube ich kann es mir leisten den Ward zu klären. Außer er flasht mich wieder an. Ah, ja wach. Ah, wach. Ah, wach. Ah, wach. Oh mein Gott sind wir scheiße. Ey, wir haben noch mal so die Zeit, warum wir jeden zwei nicht vergessen haben. Wir haben noch zu Zillogy hatten. Eigentlich hast du passt. Das ist einfach nichts mehr wert, weißt du. Ich muss halt einfach viel zu viel Zeit in dieses Spiel investieren, um gut zu bleiben. Ja. Aber ich habe noch eine andere Theorie. Warum Leak im Sommer nicht spielen eine gute Idee ist. Krabbel, 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 krabbel. Ich habe den gerade nicht getroffen, ne. Aber der da stirbt. Ist auch noch fast gestartet. Ähm, die Hitze. Ja. Ich meine, ich bin so ein Dachbodenkind und ich habe meine 30 Grad hier. Da konzentrieren ist vielleicht auf Dauer auch nicht so einfach. Nur so eine Idee am Rande. Soll nicht entschuldigen, dass ich scheiße spiele. Hm. Von wo kommt Cain jetzt? Just Quinn things. Carry me, Quinn. Please. Okay. Ist auch eine besprochen, also. Just to harm this floor. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. So einer bist du geworden in der Zeit. Eieieiei. Was ist jetzt mit dir froh? Puscht man, Alter. Haben wir noch TP. Tadelfahrt kommt. Na, Jungs. Der 1-6er ist real. Der kann jederzeit vorbeikommen. Immerhin schon Trinity. In der 22. Minute. Ah, ich habe einen Assist. Wie auch immer ich einen Assist auf den Cain habe. Aber hey. Quinn macht Quinn Sachen. Carry me, Senpai. Peace. Ich weiß. Die Gegner denken sich auch so. Alter, der AGC. 70% Win Ratio. Warum spielt der so kacke? Ich bin viel besser wie der. Carry me, Senpai. Quinn. Ich finde das echt, ähm, Schad, ne? Ja, es ist halt, sie macht Quinn Sachen. Find ich gut. Ah, das ist schon ein Ding. Was? Ah, ich wollte halt da nicht allein bleiben. Jungs. Depp hat der Burnschaden da. Ja. Hm. Ich gehe jetzt erstmal hier rüber. Dort nochmal laufen. Könnt ihr den Burn machen? Das wäre so süß. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich stehe? Ja. Ganze macht das schon. Ah, Echo. Ich hab so schlecht gespielt, wie ich spielen kann. Aber es hat funktioniert. What? Doch, ja. Warum? Was ist hier? Alter. 23 leben auf dem Turm. Echt? Ernsthaft? Ja. Ich hab nicht die Pi dahin, oder? Soll ich einen schnellen Pi dahin holen? Okay. Da ist extra noch ein Wort von... Ja, ich weiß. Ich sag doch die Carried. Warte. Geh rüber, Auto-Attack, dann wirst du gefeiert und stirbst. Ich glaube nicht, dass es das wert ist. Ich... 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 Ich push einfach Toplane. Ich hab ja ATP. Falls irgendwas da unten bei euch passiert. Was ist halt die Frage, ne? Was kann aktuell sowieso passieren? Timo, Ezri, Split-Push. Ich bleib in der Mitte, halt die Wave oder sowas. Quillen, wow ich wollen alle Kills. Ist schon irgendwie eine witzige Konstellation, ja. Die wir gerade so spielen. Ach Gott, jetzt kommen die zu mir. Warum? Ich bin überall. Der hat kein Ultimate mehr. Ich hab dich schon tot gesehen. Spitz dich. Nein. Sag ich doch. Aber nur. Die haben alle Flash. Ist ja unfair. Ja, aber diesmal hab ich nicht mit Tim meinen Flash getradet. Das ist seltsam. Nicht? Nein. Ich bin... Ich weiß nicht wo. Vielleicht. Ja, ist doch... Macht dein Timo das nicht? Wurde so eben eine Reise deletetet. Wurde so eben eine Reise deletetet. Wurde so eben eine Reise deletetet. Nein. 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 Geh weg! Wer hat schon den Ghostblade angeworfen, der Mistack? Das war nicht so ein junger Hüpfer. Der hatte keinen Respekt vor den alten Rennen. Weißt du? Ich hab dich zurück. Nein. Los pflanzen. Nervt sie. Los Quinn. Töte sie. Ah. Nein. 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 Ich habe prädiktet, dass der so ein klein bisschen früher darüber springt. Ah, Cain ist geslaut. Easy. Wollen wir jetzt den machen? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt gecallt. Not sure. Sure. Schön. Ich habe den Cain getötet. Aber wir haben den da oben geholt. Ich wusste zwar, dass ich da besterben werde, weil das macht eine Pflanze allein im Busch. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sterben, wenn ein Assassin vorbeikommt. Hier kann ich nichts von Baron. Wenn man das ganze so nennt. ADC by the way. Wie cool. Also irgendwie nicht cool, aber irgendwie witzig zu sehen, wenn eine andere ADC mal so ein One-Tap wird. Ja doch, sowas hat Unterhaltungsfaktor. ADC by the way. Geh für die Augen. Valor, für mich. Just a harmless flower. The moment he got blue cane was loose. GGWP. We are all squishy. Hi. Schaut halt gar nichts aus. What? Was? Wo? Wann? Wieso? Wer? Jetzt intet doch nicht rein. Dann holen wir einen Baron und dann das. Da. Ja. Ja. Das ist so lächerlich. Er braucht nichts. Flasch. Flasch. Oh 4. Zack. We head Baron. Ja. Head. Wie rat denn? Was brauche ich denn nicht da? Oha 600 noch. Seit wann ist denn du wollt zu drohen? Ich brauche ihn ja nicht mehr wirklich. Hm? Ja. Natürlich ist er weg. Unser Blue ist gleich wieder da, den haus. Und dann hat er schon mal ein Schuss. Oh Gott, das ist halt einfach. Es gibt viele Tronen in League of Legends, die sehr, sehr, sehr traurig sind. Ja, das ist der Schlimmste in dem Temo Schwung. Ich weiß nicht, so ne Kartus Ulti hat halt auch viel, viel Tiltfaktor. Ein Bot ist pushend? Aber so ein Temo Schwung siehst du halt überhaupt nicht kommen. Da denkst du, oh geil, ich hab ein bisschen cooles Escape gemacht. Äh, schon richtig. Okay. Gute Pflanzen, brauche Pflanzen. Nein! Pflanzen tötet ihn. Wo ist er eigentlich drin? Ach da. Die ist am rumderpen. Derp, 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 derp. Was passiert eigentlich? Wir waren aber ultra weh. Oh Gott! Ja, und dann kam Quinn. Ich weiß nicht, ob das ne gute Idee von dem Warwick ist. Lass Quinn das machen. Schade. 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 Ich denk mir die ganze Zeit, warte mal, wie hat man das Eintriffschule gebaut? Und dann guckst du im Stor rum und denkst dir so, ah stimmt sowas. Oh, wir fahren da oben. Uh. Nein, kusch dich. Geh da hoch. Ja, aber du... Hast du TP? Ja. Ja. Na gut. Ja. Hier ist Cain. Was? Wo? Nein! Was? Nein! Please, kein Cain! Oder vielleicht töte ich ihn. Stopp! Stopp fight! Ihr seid doch verrückt! NEIN! Nein! Still, no! Das ist eine Pflanze, Arbeitung mit sie. Da ist noch ein Slow drin. Hm, ich brusche lieber. Wie auch immer wir das wiederum drehen konnten. Wieso ist das jetzt so schön gewesen? Und jetzt bist du halt wiederum nur der Brause-Dude, der am Chasen ist. Der Echo-Damage! Ja. Der ist auch lächelt. Burnt ihn! Burnt ihn! Loll! Ja, der hat doch keinen Cooler mehr. Ist das okay? Lachse werden die Stats wieder so, weißt du, die gehen wie die normale. Der 1er-K, so eine 2er-3er-K, der... Nein, da bin ich weit davon entfernt. Du, du schon? Ich... Ihr seid wie von's Lacken wieder. Zieh ihn doch raus! Nee, die Pflanze will nicht. Der hat zwar Zies halt, by the way. Äh, ich weiß gar nicht was ich kaufen soll. Ups, ich habe ihm das gerade geklaut. Woops! Waaaaaas! Okay. At least something. Pflege ich da ja immer zusammen. Kamler Botzeit, also... Gut, bei dem sein Speed macht das nichts aus, aber... Du sagst... Rice is what? Mhm. Wo ist der Viertel? Ja, ich bin zu weit. Da ist der Viertel. Da ist Viertel. Da ist ein Kayn! Ich bin weg! Tschüss! Ja, wir können eigentlich den Daryl gerade machen. Fang an! Fang das Ding doch an! Ich nutze alles was ich hab zum Saunen. Einzeln wird schwierig. Mach mal Damage! Oh Mann! Ja! Neiins! Das hat doch gereicht! Neiins! Ich bin traurig. Das war doch so witzig! Dieses und dann Man muss nicht unbedingt hier Dings gehen. Immer 20-0 damit man das Spiel gewinnt. Geht auch gut mit 5.14 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso smurft ihr übrigens Jungs? Absolute Smurf. Absolut am Smurfen. Gott ey. Mal wieder irgendwelche komische Symbole. Weiter in 19 Punkte. 24. Was ist passiert mit meiner MMR? Hä? Was ist passiert? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das MMR-System mal in dem Video erklärt, aber anscheinend gelten die Regeln nicht mehr. Ich habe doch noch eine gute Winrate oder habe ich eine schlechte Winrate seit 9. Ich habe eine 68 prozentige Winratio und bekomme 24 Punkte. Was ist das Sinn? Hä? Das ist League of Legends. Und ich bin immer noch gegen die gleichen Dudes wie damals. Ich habe immer noch eine 2000er-Plus-Match mit MMR. Immer noch Diamond 5. Ja gut. Ge-carried werden kann ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.